Weiter geht's mit Borderlands 2! Weil die einfach mal hier ein Duell machen wollen! So viel dazu! Moment! Alter! Hättest du mir auch sagen können, dass du die schon aufnimmst! Ich hab jetzt äh... spontan gestartet, weil ihr ein Duell gemacht habt! Zerber, ich hasse dich! Dankeschön, Lady! Wie sagt mein PC des öfteren? Go and fuck yourself! Wirklich? Was ist das? Äh... Moment! Okay, eine Prothese müsste funktionieren! Mal gucken, äh, Quests, mal gucken... Haben wir hier noch irgendwas? Welche Quests haben wir denn hier noch offen? Äh... Findet die Königin! Ah, Verleugnung, Verzorn und Initiative war das! Wir sind in Immortal Woods, oder? Ja! Jo, Verleugnung, Zorn und Initiative, das ist ne... Das ist ja eine Story-Quest! Folge den Spuren der Königin, findet die Königin! Das ist jetzt woanders! Hm! Wir müssen auf jeden Fall noch später auf jeden Fall bei den Docks... Ja, die Crumpets sammeln hier! Crumpets sammeln? Im Wald? Ach, ja! Wir müssen mal die Waffe kriegen! Ja! Da, ich... Weil alles zu blöd, weil alles zu blöd sind, eine Waffe aufzuheben! Ritter kommt! Oh! Weil alles zu blöd ist, eine Waffe aufzuheben! Weil alles zu blöd ist, eine Waffe aufzuheben! Tesla ist mein Freund! Säure ist mein Freund! Tesla ist der... ...s der... ...Chef des Wechselstromes! Waffe macht toll, würde ich mal so haschen, ne? Badass Feuerbogenschützen, what the fuck? Ja, die hatten wir schon beim letzten Mal. Ja, ernsthaft. Sie fliegen. Arafors, die haben einen Flächenangriff drauf. Nee, echt? Der klassische Tod vom Oben. Knappe. Ey. Dieser klassische Tod vom Oben. Scheiß. Ein Sturmritter ist klar, ein Torverschnitt. Und ein Knappe. Und wo? Ich messer dich, ich messer dich. Irgendwas kitzelt gerade mal im Lücken. Irgendwas hat gerade gekitzelt. Hast du mich gerade angegriffen? Der hat mich gerade gekitzelt. Noch einer? Wie viel kommt denn noch? Keine Ahnung. Klopp, ich mach mal kurz das dahin. Müsste sie ein bisschen vereinfachen. Klopp euch. Gib Axt. Natürlich, jetzt würde ich das da reinwerfen, kommt gar nichts mehr, oder wat? See. Gucken, wo sind die Königin? Äh, richtig. Da müssen wir direkt wieder rechts. Bei der nächsten Möglichkeit, bitte wenden. Nein, nicht wenden. Bitte wenden. Ich lege mal eben nach. Nein, hier ist falsch. Wir müssen weiter hoch. Oh fuck, mein Steak! Wir müssen weiter hoch, oder? Ich bin mal ein bisschen glitschig. Oh, verdammt. Zu glitschig. Alter, zunimmt mich nicht an. Weiß ich, ich bin ein heißer Typ und so, aber... Was für ein Kackhoof bist du denn? Was? Das sagt gerade derjenige, der von einer Explosion mit, äh, ne Klippe runtergesprungen ist versehentlich. Was heißt denn versehentlich? Ich wollte... Ich renne durch. Das war auf die Aufnahme von mir, wo wir die... Äh, was war das? Die erste Frage der... What the fuck? Ich renne nach oben durch. Die erste Frage der Gickigkeit gesucht haben. Oh, grüner Basilisk. Basilisk, Basilisk, Basilisk. Ich bin nach oben durchgerannt. Honey, Hilfe. Ach. Hilfe, Basilisk, immer noch. Und ich denke mal, dass sie... Dass sie ihrem Namen gerecht sind. Ja? Aus. Ach, dann komm ich halt. Äh, ist immer noch Basilisk. Tobogang. Alter, noch ein Basilisk. No, lass mich durch. Alter. Das hat einen sieben Basilisten geben. Ach, irgendwann, ich hab ein bisschen geglitscht, glaube ich. Nee, echt? Guck, wo ich bin. Ach, da oben ist das. Da, wo wir nicht sind. Yay. I did it. Oh, Kiste. What the fuck? Verzauberter Skelett-Bogen-Schütze, ernsthaft? Ja. Genauso gut wie der Skelett-Speer. Oh, nee. Das ist der Speer. Schwere. Na dann. Quickscope. Ah, stimmt. Wir können sich hier ein Buff besorgen. Yep. Für ein Iridium. Oh, ich nicht. Sicher? Ja. Ich geh dann schon mal vor. Oh Gott. Warte, ich hab ein. Hä? Alter, das ist eben gemacht eben gerade. Eieieieiei. Was denn? Es ist gerade eben, äh, es gibt ja diese Eingänge hier scheinbar, wo es geht rauskommt. Moment, ich lass die Granate arbeiten. Hallo, Dublin. Da oben war noch jemand. Ey, kommt jetzt. Dublin will hier mal weiterlaufen. Nee, echt? Will ja eigentlich... Auch wenn uns der Seher nicht auf den Sack gehen würde. Ignorieren jetzt einfach nur. Genau. Ignorieren doch einfach alle. Nö. Dann müsste ich euch beide ja auch ignorieren. Das geht ja nicht. Letztlich nur was, wenn er, äh, wenn es geht, beim nächsten Basilisten mal treffen. Weil er hat einen Schwungangriff und einen, äh, Spucker. Und der Spucker. Der erste Kampf nur funktioniert, wenn Roland dabei ist. Dann kommen wir einfach auf Hause, bis er auftaucht. Hier kommt er. Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Der Torwächter sagt. Noch mehr orkisches Gekritzel. Da steht, holt den weißen Ritter zurück, denn nur er kann den Weg öffnen. Und ich weiß auch genau, wo er ist. Wittpunkt! Roland! Yay! Auf zum weißen Ritter, der eigentlich nicht weiß ist, sondern schwarz. Roland! Oder ist Roland ein weißer Ritter? Er ist ein Paladin. Roland ist aber niemals ein weißer Ritter. Er ist ein Paladin. Ich fannyhoppe! Yay! Oh! Hallo Skelettrieschen! Wo ist der Nächste? Äh, Badass-Skelett! Skelett-Zwerge! Yay! Granaten! Das ist ein Job, Bitches! What the fuck? Torridge! Erlewigen den Job! Was? Ich mein hier grade die Mini-Skelette! er ist du mit zu zweifeln mit dem ersten gesetz ich bin immer noch genial welches erste gesetz kennt kennt das roboter gesetz immer noch die box wie waren die noch mal ach ja ich glaube das erste war dass ein roboter nicht da ein kein menschen verletzen darf jetzt hast du es geschafft aber auch er hat jetzt Prozent er hat es geht nicht so abgeblich aber vor Ort wo gibt es nur vor Ort eckte Wettbewerb gemäss hat und geht im Wettbewerb und gibt Wettbewerb oder und wenn wir uns hier Elf von den Wendern hallo ja hallo erst mal ich weiß nicht ob sie schon wussten sommer ich sehe nichts mehr und ich bin für lahm verlangsamt und noch unsterblicher ja ich war eben verlangsamt ich hatte eben gerade einen richtig schönen debuff bekommen ganz ehrlich wenn es ein paper und spiel zu wollen es gebe ich will zu kaufen was für ein ding gibt es ja so gesehen was für ein ding von borderlands pen and paper du bezeichnest dich als nerd und weißt nicht was am pen and paper rollenspiel ist ja ich habe 16 packen auch dafür dass mein text verblänger da bleibt nice one normalerweise dauert das ja viel äh dauert die verbleibzeit vom desktop ja die ist ja wesentlich kürzer normalerweise äh chris warte kurz warte kurz warte kurz was hier wegen den skills äh abzüglich wer einen der dice skills hat benötigst äh kabel sprechen nicht böse magierin und schocksturm ich weiß auch nicht mal was das für skills sind das habe ich dir vor der aufnahme schon gesagt cyber ich gebe dir mal hier die class mod einfach mal nutzen kannst du mal sehen worauf ich die skill äh einfach nur wirklich benutzen damit du auch sehen kannst welche skills die macht so one blimp you destroyed okay ähm ist es das wirklich dieses eine luftschiff was plötzlich sieht ihr den weißen ritter vor euch in seiner ganzen stadtlichen heldenhaften bracht hallo roland yay als der weiße ritter es ist roland und ein drache äh echt jetzt soviel dazu die den der acht die den jährigen plural bietjes torpücher töte drachen 2 ein lila drache ist das schaden fläck zwei euro es war es war nur lila nicht der leuchtlieder und das heißt die erst lila drache aber das ist bei ro what the fuck hat es auch gesehen wie abgestürzt ist nein das meinte ich jetzt nicht der hat einen rosanen strahl auf mich gefurrt ich schulde euch was das kann nicht gesund sein gut gekämpft schnaufe ich kann das jetzt ich kann damit nicht leben alter wie der läuft wie der läuft ich kann damit nicht leben bis irgendein spaten ihn abgefackelt hat oh scheiße ich muss damit leben alter wie der läuft alter wie der läuft sie ist die schönsteste frau in der schönsteste das bringt mich jetzt echt voll null weiter tina tina sorry hab gerade an ihre beine gedacht und damit weiß jeder tina ist lesbisch ähm ja erst einmal die zun besorgen ach munition gehen wir alle aufeinander aufgezeigt zum glück roland ich folge dir in den tod yay das passt ja irgendwie zu der zum eigentlich hauptspiel welches schwert der hat nur waffen wer die granate nicht abkrieß